Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Notre Dame Moment in Kopenhagen, historische Börse in Flammen. Historischer Börsenbau in Dänemark von Feuer zerstört. Ein tragischer Brand hat das historische Börsengebäude in Kopenhagen, ein prominenter Teil des kulturellen Erbes Dänemarks, schwer beschädigt. Dieses Ereignis wurde in einer bitteren Anspielung auf den Brand der Notre Dame Kathedrale in Paris 2019 als Notre Dame Moment Dänemarks bezeichnet. Das Feuer, das in der Nacht zum Dienstag im Börsengebäude ausbrach, erfasste schnell den gesamten historischen Bau und vernichtete einen Großteil des Interieurs und viele wertvolle Kunstgegenstände. Brandbekämpfungsteams aus der gesamten Stadt und dem Umland kämpften stundenlang gegen die Flammen an, konnten jedoch nicht verhindern, dass das Feuer viele Teile des Gebäudes ernsthaft beschädigte. Der ehemalige Börsenbau, bekannt für seine markante spiralförmige Turmspitze, ist ein architektonisches Wahrzeichen Kopenhagens und eine kulthistorische Institution seit dem 17. Jahrhundert. Der Bau wurde von König Christian Fjerten in Auftrag gegeben und sollte den wirtschaftlichen Status Dänemarks in Nordeuropa stärken. In seiner langen Geschichte diente das Gebäude als Börse, Königshof und zuletzt als kulturelles Zentrum. Die genaue Ursache des Brandes wird derzeit noch untersucht, es gibt aber keine Hinweise auf Fremdeinwirkung. Verantwortliche haben angekündigt, dass die Restaurierung des Gebäudes so schnell wie möglich beginnen soll. Aber realistisch gesehen werden die Arbeiten Jahre in Anspruch nehmen, so wie es auch bei der Notre-Dame-Kathedrale in Paris der Fall ist. Dies ist ein tragischer Verlust für die dänische Kultur und Geschichte, sagte der Kopenhagener Bürgermeister Frank Jensen in einer Pressekonferenz. Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um das Gebäude zu restaurieren und sein historisches Erbe zu bewahren. Der Brand hat in Dänemark und auf der ganzen Welt Bestürzung und Trauer ausgelöst. Viele nennen diese Tragödie einen Notre-Dame-Moment für Dänemark. In Anspielung auf den verheerenden Brand, der 2019 die Notre-Dame-Kathedrale in Paris heimgesucht hat. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.